Musik Musik Die Begestein gestern Abend, als ich gefragt habe, wie es war, war es grossartig. Sie möchten das und wir erleben. Musik 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 Wenn Veränderungsprozesse anstehen, finde ich durch die Musik, und gerade so, wie du es machst, einander wieder einmal finden, wieder gemeinsame Nenner finden, die kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das finde ich mega cool, vielleicht auch Gruppen, die es nicht immer so einfach haben, auch gerade in Firmen, finde ich es ganz, ganz cool, wenn man das einbringen kann, nicht nur einfach zum Spassen, sondern plötzlich einfach wieder mal eine Basis zu schaffen. Musik Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass beim gemeinsamen Musik machen Verbindung entsteht. Zusammen Trommeln ist ein Workshop, in dem die Verbindung und Begegnung unter dir teilnehmen und natürlich auch der Spass im Vordergrund steht. Der Workshop ist geeignet für Arbeitsteams, Sportvereine, Schulen, Lager, Familienfest und noch viel mehr. Schreiben wir doch ein Mail auf info-at-marcomazotti.com zusammen mit LR, dich über das individuelle Workshop-Programm zusammenstellen. Ich freue mich auf Heavy-Anfrage. Das Beste war, dass wir eigentlich alle meiner Hand kreuz und quer spielen und trommeln und jeder Teil reiche Nusserl ab, was er hat gehabt. Also Miro, das hat mir mega Spass gemacht. Es war ein riesiges Erlebnis, super, mal Gruppendynamik anders wahrzunehmen und zu spüren. Es war ein ganz toller Workshop. Man kann wirklich 10 rauslassen. Machen 10 und sonst habt ihr etwas für Boss. Abonniert und Abonniert und Untertitelung des ZDF, 2020